Willkommen zurück auf der Mehlmüllhalde zum zweiten Teil meiner Love Story mit Jiki. Obwohl wir im ersten Teil ihren sogenannten Anwalt wegen Unglaubwürdigkeit gefeuert haben, probiert es Jiki nun im Alleingang, alle Daten und Gebühren von mir zu bekommen, damit sie mir endlich die halbe Million als Geschenk überweisen kann. Falls du nicht weißt, wie es dazu kam, verlinke ich dir den ersten Teil in der Videobeschreibung. Lass dir das nicht entgehen. Nun aber weiter mit Jiki. Viel Vergnügen! Nachdem ich Jiki über die Inkompetenz bzw. eigentlich die Blödheit ihres Anwalts aufgeklärt hatte, wollte ich nur noch direkt mit ihr kommunizieren. Wir sind ja beide liebenswerte und ehrliche Menschen, da funktioniert die Zusammenarbeit bestimmt besser. Und sie legt auch gleich richtig los. Alles klar, vielen Dank, mein Lieber. Danke für Ihre Geduld. Wenn Sie mir die Informationen senden, kann ich sie an meine Bank senden, um ihr Geld zu überweisen. Du bist der Nutznießer meines Geschenks und nichts kann sich ändern. Du bist ein guter Mensch und ich danke meinem Gott, dass er mich dazu gebracht hat, mich auf einen ehrlichen und aufrichtigen Menschen einzulassen. Ich verspreche, dir diese Woche mein Geschenk zu machen. Ich liebe dich sehr. Es ist wahr, dass ich nicht mehr viel Zeit auf dieser Erde habe, aber ich verspreche Ihnen, dass ich alles tun kann, damit Sie diese Woche, wenn alles gut geht, das Geschenk erhalten. Schicken Sie mir die Informationen hier, ich verspreche Ihnen, dass alles gut wird. Vertrau mir und schick mich. Ich küsse dich. Ich ärgere mich immer noch über diesen Backup-Blocher-Anwalt. So ein Trottel. Ich denke, ich habe ihm schon alles geschickt. Um mich abzulenken, habe ich dann Jackie gefragt, wo bzw. in welchem Krankenhaus in den USA sie denn sei, damit ich sie besuchen kann, denn ich wollte sie nicht alleine leiden lassen und zumindest ihre Hand halten und sie küssen. Sie meinte aber, ich sollte nach Erhalt der Spende kommen und daher braucht sie meine Kontodaten, um das Geld zu überweisen. Ich habe dann eine falsche Bankverbindung geschickt. Und jetzt kommt ein eigentlich unerwarteter Move, denn normalerweise fragen Scammer zuerst nach einer fälligen Gebühr oder Anwaltskosten. Jackie aber meint, dass die Summe überwiesen ist und ich Bescheid geben sollte, wenn sie eingetroffen ist. Nachdem ich dies mehrfach verneint hatte, sind wir endlich zum Punkt gekommen. Natürlich ist die schlimme EU-Schuld. Ich zeige dir die folgenden Nachrichten, damit du sehen kannst, was da abgeht. Hallo mein Geliebter. Ich habe bereits an meine Bank geschrieben und frage, was daran falsch sei, dass sie ihr Geld noch nicht auf ihrem Bankkonto erhalten haben. Er macht mir klar, dass die Überweisung bereits erfolgt ist, aber bevor sie ihrem Konto gut geschrieben wird. Die europäische Regierung hat um einen kleinen Betrag in Höhe von 190 Euro gebeten, damit sie keine Schwierigkeiten haben, nachdem die Spende auf ihrem Bankkonto eingegangen ist. Da sie nicht schnellstmöglich eine Antwort erhalten, frage ich nach der Adresse, an der sie die Einzahlung tätigen werden, damit sie ihr Geld schnell erhalten. Ich werde es ihnen umgehend zusenden. Hier ist die Adresse, die ich bereits gesendet habe. Ich glaube an sie. Eine Sache, die ich liebe, ist Ehrlichkeit und Stolz. Danke. Ordentlich aktiv, die Krankenhauslögerige GK, denn alle diese Nachrichten hat sie geschickt, ohne dass dazwischen was von mir gekommen wäre. Aber gut so, anscheinend muss sie nicht mehr so schnell sterben. Allerdings musste ich sie schon noch fragen, wer denn dieser Thorsten sei, an den ich die Gebühr überweisen sollte. Muss ich etwa eifersüchtig sein? Aber das ließ sie unbeantwortet. Stattdessen immer wieder Fragen nach einem Zahlungsbeleg. Den habe ich verweigert, denn sie muss ja den Zahlungseingang am Konto sehen. So ging es mehrmals hin und her, bis sie mir die Erklärung schickte. Allerdings glaube ich, dass meine Antwort darauf nicht richtig verstanden wurde. Schauen wir mal rein. Ich verstehe Sie jetzt, dass die Bank eine Quittung über ihre Einzahlung benötigt, bevor sie ihre Einzahlung auf ihrem Bankkonto erhalten. Es geht nicht nur darum, die Einzahlung zu tätigen, sondern auch darum, die Spende auf ihrem Bankkonto zu erhalten. Tun Sie alles, um ihr Geld noch heute sofort auf ihrem Bankkonto zu erhalten. Ich glaube, dein Anwalt ist nicht ehrlich zu dir. Ich hatte auch schon einmal Durchfall, wo ich es nicht mehr bis nach Hause geschafft habe, also kann man sagen, das ist in die Hose gegangen. Wie schaut das bei dir aus? Ist dein Anwalt auch ein Hosenschösser? Natürlich wurde Antwort darauf verweigert. Jedenfalls ging es dann wieder hin und her wegen einem Zahlungsbeleg, den ich natürlich nicht liefern konnte. Und weil mir das langweilig wurde, brachte ich einen neuen Spieler rein. Die Rechnung Scammer lieben diesen Move. Ich will doch sofort bezahlen, brauche aber eine Rechnung über die Gebühren, weil ansonsten meine Bank und meine Buchhaltung die Zahlung nicht freigeben. Es gab schon Scammer, welche sich im Rechnung basteln versucht haben. Das wirst du auch in anderen meiner Videos sehen. Aber die meisten versuchen es natürlich mit Ignoranz und Ausreden. Oder verrückten Lösungsversuchen. Idee 1 Okay, okay, ich verstehe Sie vollkommen, aber erst nachdem Sie die 190 Euro bezahlt haben und Sie mir die Bestätigung schicken, die ich an meine Bank senden werde, erhalten Sie die Rechnung über Ihr Geld. Idee 2 Wenn möglich, können Sie das Geld auch Ihren Freunden oder Verwandten geben, damit diese die Anzahlung für Sie leisten. Idee 3 Sie können aber nach einer anderen gültigen Lösung suchen. Das sind ja tolle Ideen. Aber wertlos, auch wenn alles real wäre. Außerdem wurde ich zwischendurch immer wieder gefragt, wofür ich denn eine Rechnung brauche, obwohl ich das immer wieder klar gemacht hatte. Immerhin wurde mir dann erst eine Lösung in Aussicht gestellt, am Ende kam aber diese sehr kreative Mail. Es tut ihr leid, dass sie die Rechnung nicht ausstellen kann. Es wäre ja überall so, dass zuerst bezahlt wird und dann die Rechnung erstellt. Was natürlich falsch ist. Und die Bank kann das Geld ohne Genehmigung der Europäischen Kommission nicht freigeben. Also erst nach Zahlung der Gebühren. Selbstverständlich. Und weil Ihr Arzt Ihr Stress untersagt hat, sollte ich doch mal Gas geben und zahlen. Dann bekomme ich die Spende und die Kommission kriegt mich nicht wegen Geldwäsche dran. So ist das. Auch ich werde mal müde von dem ewiggleichen hin und her schreiben. Ich musste Zeit gewinnen, um etwas Pfeffer für Jiki zu suchen. Also teile ich ihr erstmal mit, dass mein Anwalt mir abgeraten hatte und die Betrugsmasche ja bekannt sei. Natürlich versicherte sie mir, dass sie die einzig Ehrliche im Internet sei. Trotzdem brauchte ich eine Pause und die brachte mir die Idee der Umkehr. Also meldete ich mich wieder nach mehrfachen Hallos von Jiki. So habe ich das Spiel umgekehrt und das Ende hat mich nicht verwundert. Eigentlich zeigt dieses Finale nur, für wie dämlich diese Scammer uns alle halten. Aber offensichtlich gibt es immer wieder jemand, der darauf reinfällt, sonst wären die Scammer ja schon ausgestorben. Hier also im Schnelldurchgang. Jiki und meine Spende Zuerst habe ich meine lange Abwesenheit mit einem Krankenhausaufenthalt erklärt und dass mir ein baldiger Tod diagnostiziert wurde. Also genau so wie bei Jiki. Darum wollte nun auch ich mein restliches Geld spenden, so wie auch Jiki. Und weil sie ja offensichtlich Erfahrung in solchen Dingen hat, bat ich sie um Unterstützung. Obwohl anfangs skeptisch, so versicherte sie mir im Namen unserer Liebe die Hilfe eines ehrlichen Anwalts bei der Spende. Und obwohl sie zuerst für ihre Spende alle Daten von mir wollte, bevor sie überweisen würde, war das anscheinend jetzt nicht mehr notwendig. Auch von der Gebühr für die Europäische Kommission war keine Rede mehr. Ich sollte einfach nur schnell das Geld schicken, um dann, wenn der Anwalt einen würdigen Empfänger gefunden hat, eine entsprechende Spendeurkunde zu bekommen. Und nun rate, wohin ich mein Geld schicken sollte. Ja, tatsächlich auf das Konto des Thorsten, der auch schon meine EU-Gebühr bekommen sollte. Seltsam, oder? Natürlich nicht für Jiki. Ich wollte jedenfalls erst meine Papiere haben und dann das Geld schicken. Brauche ja was in der Hand. Und nachdem sie nicht von der Prozedur jetzt schnell Geld und Morgenurkunde runterbeute, musste ich die entscheidende Frage stellen. Okay, verstehe ich das richtig. Wenn ich Geld schicken will, muss zuerst Geld und dann Unterlagen und Informationen. Wenn ich Geld bekommen will, muss ich zuerst Daten schicken und dann bekomme ich Geld. Sehr seltsames System. Vielleicht bin ich ein bisschen dumm. Sir, ich muss mir kein Geld schicken, wenn sie nicht wollen, müssen sie gehen. Ich hoffe, sie haben mich gut verstanden. Ich mag es nicht, in meinem Leben eine Fälschung zu sein und ich mag keine Fälschungen, auch wegen meiner Ehrlichkeit, dass ich dich akzeptiert habe, um dir zu helfen und du mich beleidigen wirst. Ich gehöre nicht zu den Menschen. Du bist nicht ehrlich zu mir. Ja, ja, bla bla bla. Ich habe ihr Frist bis abends gegeben, um die Dokumente zu schicken. Natürlich ist nichts gekommen, außer am nächsten Tag die gleichen unsinnigen Erklärungen und am Ende sollte sogar ich als Spender meinen Ausweis und Angaben zum Beruf machen. Also genauso, als ob ich Geld erhalten sollte. Ich habe dann noch ein paar jammernde Nachrichten bekommen. Natürlich blieb nichts unversucht, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich denke, wir beenden diese Geschichte hier. Mit der großen Liebe wurde es nichts und leider auch nicht mit der Kohle, aber vielleicht hilft das Video, mehr Menschen misstrauischer zu machen und dass die Scammer es noch schwerer haben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und Servus bis zum nächsten Video.